Servus, willkommen zurück zu Welt of Warships. Ein neues Hüble, diesmal in der Gedankst, den neuen Europäischen Zerstörer. Ja, nur kurz paar Worte zu den, zu der ganzen Linie. Ich möchte hier in den Hüble eigentlich über was anderes sprechen, deswegen wie gesagt, sprechen wir nur mal kurz über die Gedankst. Grundsätzlich haben wir hier einen Zerstörer, der meiner Meinung nach so nie ins Spiel hätte kommen dürfen, aber das interessiert eh keinen. Wir haben hier einen Zerstörer, der Nebel, Radar und Speedbus hat und ich frage mich immer so ein bisschen, was man sich bei so einem Zerstörer halt denkt, wenn man die ganze Linie, eher gesagt, wenn man die so reinbringt, wo da so der Downside von dieser Linie sein soll. Er macht sehr viele Schiffe oder sehr viele alte Schiffe nicht mehr wirklich metatauglich, dadurch dass wir hier einen 9 km Radar haben. Klar, es geht nicht lang, es geht 12 Sekunden, aber es lädt halt unter einer Minute wieder nach, sodass halt unser schlechter Tarnwert ausgeglichen wird. Theoretisch könnt ihr auf die Gedanken ein Full-DPM-Bild draufbauen, weil ihr wie so alles aufradern könnt dann. Und ja, ihr habt halt Nebel, um euch zu schützen. Ihr habt Speedboost, ihr habt brauchbare Torpedos. Ja, was will man halt eigentlich mehr? Ihr habt keine AP-Grananten, klar, die vermisst man manchmal, aber ihr habt eine so gute Brandwahrscheinlichkeit auf der HM. Ihr legt quasi mit jeder Seite fast ein Brand. Es ist, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, da soll es nicht drum gehen. Es soll darum gehen, Caps zu rotieren. Und was mache ich damit? Wir haben hier, wir müssen uns mal kurz das Matchmaking angucken. Wir haben hier die C-Divi. Die besteht aus einer Immelmann, aus einer Goldenen Löw und aus einer Halland. Also generell eine sinnvolle Zusammensetzung einer Divi. Halland und Goldenen Löw haben eine sehr starke Flugabwehr. Es macht also Sinn, diese Schiffe zu picken, wenn ihr MCV dabei habt. Und wir sehen schon, die sind hier auf dem C-Cap. Wir sehen auch, dass die Hintenburg da fast ein ganzes Schiff verloren hat. Hey, was ist denn da passiert? Das war doch nicht nur die Immelmann. Da muss da irgendein Kreuz an der BB draufgeschossen haben. Ja. Wir haben hier auch im Chat, das könnt ihr nebenbei lesen, so ein Shit-Talk zwischen Midway und der gegnerischen U-2501. Keine Ahnung. Ist ein bisschen nervig gewesen während der Runde. Aber egal. Ja, wir fahren jetzt hier erstmal trotzdem ins Cap rein. Ich möchte mir gerade aufs Cap bringen. Wir wissen, dass hier die Halland drin ist. Immelmann kommt jetzt hier wieder. Das heißt, wir müssen uns hier auch gleich nebeln. Ah, aber da ist die Halland. Und wir gucken jetzt, dass wir jetzt hier einiges an Schaden auf die Halland bekommen. Schaden auf Zerstörer ist natürlich immer wichtig. Und genau. Es geht jetzt einfach darum, hier mehr Schaden auf die Halland zu machen, als er auf uns macht. Ihr kennt das Spiel. Wir wollen hier relativ gut traden. Und da kommt jetzt schon die Salbe von der Golden Löw. Das heißt, ich werde mich jetzt hier schon einnebeln. Ja, das ging noch. Weil ich möchte nicht unbedingt da eine zweite Salbe abkommt. Ich mache jetzt hier auch Motorboost an, weil ich jetzt so schnell wie möglich nach hinten den Nebel fahren möchte, weil jetzt da der Luftschlag kommt. Gucken, ob wir jetzt noch ein bisschen Schaden auf die Golden Löw draufkriegen. Schön, wir hatten Permabrand. Hat auch ganz gut Schaden genommen. Kann sein, dass es die Bougonie oder die Montana war. Ja, soweit ist hier auch alles in Ordnung. Klar, diese Knüppelbildung ist da ein bisschen fraglich. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt auch, hey, geil, Bougonie Hindenburg haben es verstanden, dass sie da nicht an der Insel stehen können, weil der CV wird hundertprozentig da gleich wiederkommen, nachdem er halt den Drop durchbekommen haben. Ich habe mir leider meinen Nebel so ein bisschen verschwenden, aber ist okay. Halland Torpedos war auch klar, dass die kommen. Dadurch halt Nebel. Natürlich taubt die Halland den Nebel. Ist ganz gut, dass er meinen Nebel nicht getaubt hat, sondern hier in die Nebel von der Hayatta. Ich muss hier das Cap noch ein bisschen mit, also ein paar Cap-Punkte. Soweit auch alles in Ordnung. Alles gut. Und hier werde ich jetzt zum einen auch ein bisschen rein botten. Immermann kommt wieder. Das heißt, er wird mich gleich spotten. Ich möchte hier unbedingt in den Kite stehen. Ich möchte dann definitiv nicht nur aus innen stehen, wenn da die Golden Löw auf mich schießt. Und was macht hier unsere Hayatta? Er fährt da tiefer rein. Verstehe ich nicht, warum er das macht. Ich verstehe auch nicht, warum die Hindenburg wieder da Nose in den Reihen fährt. Aber ich werde es hier halt gespottet. Golden Löw kann Gott sagt mich auf mich schießen. Aber hier schießt die Moskva. Und die Moskva ist quasi hier um diese Insel rum gefahren und stellt sich jetzt an das Cap dran. Und was das für uns bedeutet, ist, dass wir dieses Cap nicht mehr bekommen, solange diese Moskva da steht und Radar haben. Klar, wir könnten jetzt versuchen, das Radar zu triggern und dann in der Cooldown-Phase das Cap zu holen. Aber ihr seht, er hat Radar aktiviert und ich musste sie raus und den Fehler, den ich jetzt hier mache, ich möchte hier noch Schaden auf die Golden Löw machen. Anstatt einfach hier rauszufahren. Es macht keinen Sinn, den irgendeinen Zerstörer gegen eine Moskva zu traden. Gerade auf der Reichweite, also so 12, 13 Kilometer, macht keinen Sinn. Davon mal abgesehen, die Moskva outfällt euch auch auf 18 Kilometer, weil die halt so schnelle Geschosse und grad mit Legendary Modul ist halt auch sehr genau. Ja, Hindenburg hat sich jetzt auch dazu entschlossen, hier ein Schiff wegzuschmeißen. Das meine ich, es macht keinen Sinn, was er da macht. Hindenburg wäre eigentlich die Counter gegen die Moskva. Dadurch, dass er halt die Moskva überall pennen kann mit der HE. Aber die werden wir jetzt da verlieren. Der CV greift jetzt wieder an. Ja. Ajata ist halt auch rausgegangen. Er hat gegen zwei Schiffe gekämpft, gegen Golden Löw und Haaland. Das überlebt er natürlich nicht. Und für mich war jetzt hier die Selbstreflexion, ich krieg C nicht. Keine Chance. Hindenburg geht raus. Auch die Borgonia hat nicht mehr so viel HP gehabt. Macht keinen Sinn, weiter auf C zu spielen. Ich fahre in die Mitte, versuche die Shimakase rauszukriegen und wir haben dann das mittlere Cap. Das war meine Entscheidung jetzt hier. Also ich möchte jetzt hier das Cap rotieren. Shimakase ist halt kein Problem. Er hat auch keinen HP-Park. Alles in Ordnung. Ja. Die Hayatte sieht das ein bisschen anders. Ihr werdet es gleich im Chat sehen. Ja. Ja. Ist halt wohl der Meinung, dass ich hier nicht aggressiv genug war, weil aggressiv ist man anscheinend nur, wenn man sich ins Cap schmeißt und stirbt. Ja. Jetzt seht ihr es. Was ich wüsste. Ja. Kann man sich ja auch einfach schenken. Man kann auch einfach mal überlegen, was man da falsch gemacht hat. Das habe ich ja auch gemacht. Das war halt blödsinnig da, was ich da gemacht habe. Ich hätte da einfach rausfahren müssen, sobald die Moskau offen war. Aber ich habe die Moskau auch viel zu spät erst entdeckt da. Da habe ich keine Map-Awareness gehabt. Das war quasi der Fehler, das jetzt mal zusammenzufassen. Und halt auch sein Kumpel ist raus in der Hindenburg. Die waren, glaube ich, in der Fall war hier nur das Cap. Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden gemacht. Ist mir aber relativ egal. Schaden ist generell, also das wird hier generell keine 150K oder 200K Runde. Und das geht hier eigentlich eher so darum, was macht ihr, wenn ihr auf dem Cap halt nicht spielen könnt. Und wie ihr dann halt das versucht, das Gefecht zu lesen, wo ich halt dann wieder einbringen können. Und für mich war halt klar, dass ich jetzt hier versuche, die Mitte zu bespielen und warte, bis halt meine restliche Flotte ankommt, um mich hier zu supporten. Gere, die Vermo hat es ja auch verstanden. Die Vermo ist ja auch Richtung C gefahren, ist dann halt wieder rausgedreht. Unser GK ist ultra passiv, das ist ein anderes Thema. Aber die Vermo ist halt auch rausgefahren. Die Vermo hätten wir vielleicht auch gebraucht, um da die Kreuze rauszugehen. Die Montana steht hier immer noch ein neues Inn. Bugondi fährt wieder rein. Bugondi ist fast tot und fährt halt wieder an das Cap dran, obwohl der CV auch nur hier auf der Seite war. Man muss da jetzt kein, keine Ahnung, kein Erwin Rommel sein, um da zu verstehen, was als nächstes passieren. Das Gute ist, wie gesagt, auf A sieht es relativ gut aus. Die Preußen ist da auch rein gefahren, um unbedingt zu sterben. Keine Chance, dass er da das überlebt. Dann wird er auch vom CV angegriffen. Wir fahren hier so ein bisschen Stalingrad. Wir sind auch eine sehr gute Counter gegen die Stalingrad, dadurch, dass wir so eine gute Brandwahrscheinlichkeit haben. Ich glaube, es war auch ein Permabrand, den er auf sich jetzt hat. Vermo kommt jetzt auch rein, sollten wir da eigentlich auch relativ vielleicht rauskriegen. Der andere hat jetzt hier wieder den Nebel getorbt und war relativ klar, dass er das macht, weil er hier kurz gespottet war. Hier werde ich jetzt auch einen kleinen Fehler wieder machen. Es ist ja klar, dass er jetzt irgendwo ist. Ich zünde jetzt hier mal ein Radar und ich fahre jetzt hier weg. Ich fahre jetzt ein Stück nach vorne, weil ich ihn nicht verstanden, also nicht gesehen habe, dass der da so knapp in meinem Radar wenn es drin ist. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade gewesen. Ich hätte einfach reversen können. Zumindest in der Zeit, wie das Radar halt läuft. Gut, wir haben jetzt hier noch ein U-Boot. Ist jetzt nicht so das Ding. Wir können ja einfach hinter die Insel fahren. Nerviger wird jetzt hier eher der CV wieder. Und ist die Frage, wo hat die Moskwa hingefahren ist, wo die Golden Löw hingefahren ist. Richtig bad wäre es jetzt, wenn die Moskwa jetzt hier an dieser Insel stehen würde. Ja, CV spottet uns halt wieder. Es macht richtig Spaß, gegen CVs zu spielen. Wir haben keine gute Flugabwehr. Das ist vielleicht die Downside. Also wir, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, von anderen Streamern zum Beispiel, oder von Streamern. Die Schiffe werden halt nicht mehr nach dem, nach den gewöhnlichen Schiffen gebalanced. Also nach den alten Schiffen, nach einer Montana zum Beispiel, die halt relativ gut gebalanced ist, sondern wir balancen jetzt Schiffe nach anderen OP-Schiffen. Und wo Wunder, die Schiffe werden dann halt auch viel zu stark, wenn halt zu starke Schiffe der Maßstab der Dinge sind. Ja, Vermoer wird da, denke ich, auch gleich rausgehen. Der ist da im Fokus. Das würde auch nicht mehr leben. Wir wissen jetzt auch, dass die Moskwa hier rüber gefahren ist. Und ja, man kann jetzt auch das hier, das Gefecht relativ gut lesen. Was werden halt die beiden machen? Wir werden jetzt hier beide gleich in das Cap reinfahren. Das heißt für mich, ich muss jetzt hier wieder aus dem Cap rausfahren. Ich kann hier nicht drin stehen bleiben. Vielleicht hätte ich da an dieser Insel stehen bleiben können. Wäre eine Option gewesen. Aber für mich ging es jetzt hier eigentlich eher darum, aus der Radarreichweite rauszufahren um meine AHP-Punkte noch zu safen. Leider habe ich keinen Speedboost. Und da kommt nicht so wahnsinnig viel Schaden drauf. Auch ne, das CV greift die an. Das ist sehr schön. Ich verschmeiße hier meine Torpedos. Ich hätte die weiter Richtung Cap schmeißen müssen. Wäre es hier auch ne Option gewesen, die Moskwa zu fokussen. Wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen. Mir war auch nicht ganz klar, wer von den beiden ins Radar anhat. Können tatsächlich sogar beide sein. Das gibt es auch. Dass da ein Doppelradar ist. Aber ich dachte mir eher, dass die Steiningrad das Radar hat. Wir werden es gleich sehen. Ja, Steiningrad gewesen und das Radar ging nicht so lang. Aber wir sind jetzt außerhalb vom Moskwa Radar und gucken jetzt, dass wir die Steiningrad hier rausfokussen. Wie gesagt, wir versuchen Permabrenne drauf zu machen. Das geht eigentlich relativ gut. Wir nehmen hier aber noch ne ganz schöne Kelle. Hat er schön gesehen, wo ich da abgebremst bin. Ja, Steiningrad wird das nicht überleben. Ich verstehe nicht so ganz, warum da nicht so ne Kelle mal vom GK kommt. Gerade auf die Moskwa. Wäre sehr nice gewesen. Oberland gehe ich hier nochmal auf. Aber wir werden wahrscheinlich eh nicht treffen. Steiningrad hat sich da gebeacht. Und wir farmen jetzt einfach die Steiningrad. Ja, Moskwa geht eh raus. Mit 100.500 HP. Interessant ist das eigentlich, dass jemand gerne das auf C überlebt hat. Keine Ahnung. Anscheinend haben sie den irgendwann komplett ignoriert. Aber ja. Steiningrad hat jetzt einen Permabrand. Gucken, ob wir jetzt nochmal einen Brand drauf kriegen. Ja, doppelt Permabrand. Ja, und eigentlich wäre jetzt dieses Steiningrad tot. Aber wie es halt bei den meisten russischen Premium Schiffen ist. Da sitzt halt der Spezialkapitän drauf. Ja, ihr seht diese Leuchttrakete. Da hat einfach meine Rände mal gelöscht. Und halt sich jetzt hier auch wieder so ein bisschen hoch. Bisschen nervig. Aber ja. Sorgt halt so ein bisschen dafür, dass ich den Kill nicht bekomme. Egal. Wichtiger, dass die Steine gerade rausgeht. Also gerade hier in diesem Stadium der Runde war es mir relativ egal, ob ich hier noch einen Kill bekomme oder sonst irgendwas. Ich möchte diese Runde hier gewinnen. Aber es sieht jetzt sehr gut aus mit dem Verlust der beiden Radarschiffe. Also hat der Gegner eigentlich kaum noch eine Chance, hier irgendwas zu machen. Interessant ist auch hier unsere Halland. Um vielleicht auch mal über die zu sprechen. Der ist da halt in die Base reingefahren und ist da jetzt am Torpen. Er ist nicht so ganz am AFK-Torpen. Ich habe vorhin gesehen, dass er auch ein bisschen geschossen hat. Ja, ist halt die Frage. Ist das der Weg, den man spielen muss? Grundsätzlich. Ich weiß, es funktioniert manchmal, in der Base zu stehen und die Schiffe rauszutoppen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, gegnerische Schiffe, also gerade BBs sind es ja meistens, die in der Base campen, sind nicht unbedingt das Problem. Sondern die Schiffe, die halt an den Caps stehen, die die gegnerischen Zerstörer supporten. Und die sollte man halt vorrangig bekämpfen. Gerade auch, ja, ist halt die Frage, noch so viel HP mit einer Halland zu haben. Ja, klar, man kann das jetzt aus der Ferne nicht wirklich einschätzen, was er da gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ich verstehe sowas immer nicht. Da ist mehr sinnvoller gewesen, wenn er halt versucht hätte, die gegnerische Halland zu finden und zu bekämpfen. Und das macht er halt nicht. Er fängt halt an zu Torpeden, äh Torpedes zu schmeißen. Ja, ich bin auch kein Fan von der Halland. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich bin, also die Halland ist ein mega schlechtes Torpedoboot, einfach dadurch, weil die Torpedes keinen Schaden machen. Sie hat keinen Nebel, sie ist damit auch nicht besonders teamdienlich. Schön, dass die Halland ja jetzt nicht mehr der schlimmste Zerstörer dieser Art ist, sondern wir haben ja jetzt auch die Jäger bekommen. Die ist sogar noch AFK-Illastiger als eine Halland. Ja. Sag mal, die gegnerische Halland hat das meiner Meinung nach ein bisschen besser gemacht. Er hat da sehr gut an den Caps gespielt. Peter ist da raus auch, hat ein bisschen zu viel in den Schaden genommen. Aber ja, unsere Halland hat auch die Hälfte der HP noch verloren gegen die. Ich war jetzt ehrlich hier nur noch drauf, dass das U-Boot auftaucht. Wäre mal ganz schön nice, wenn ich da doch mal einen Kill bekomme. Und soviel dazu, ich möchte keinen Kill mehr haben. Aber einer wäre schon schön. Ja, dann gehen wir hoch. Und dann ist das den Schaden. Also den Schaden und den Kill. Ich ziehe jetzt hier auch schon den Nebel, weil klar war, dass die Slava mich hier gleich sonst spotten würde. Und ihr wollt als Zerstörer in der Regel nicht vor einer Slava aufgehen. Die Slava ist extrem gut darin, Zerstörer halt zu bestrafen. Dadurch, dass er halt relativ genau ist. Und gerade so alles so unter 12 Kilometer wollt ihr nicht an der Slava ranstehen. Ja, Slava hat aber jetzt geschossen. Ich reverse jetzt hier noch ein bisschen. Ich warte jetzt auch darauf, dass meine Torpedos zu werden. Aber ihr seht, wir haben jetzt 932 Punkte. Das Gefecht ist hier gleich zu Ende. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch 100k Fall kriegen. Wäre ja schön. Ja, ich verstehe auch nicht ganz, warum die Haaland halt nicht schießt. Klar, er kann da jetzt auch die Kelle von der Slava bekommen. Aber es ist halt in dem Moment relativ egal, ob da noch irgendwie Schaden kommt. Sobald die Slava jetzt auch wieder verschossen hat. Oh ja. Ich bin jetzt hier tatsächlich nochmal in den Nebel rein reversed mit den Speedboot, als ich hatte keine Lust, dass ich hier noch rausgehe. Weil ich wollte ja, wie gesagt, doch mal eine 100k noch irgendwie kriegen. Ja, werden wir glaube ich nicht hinbekommen. Noch ein paar Ticks. Und die Torpedos gehen auch alle daneben. Sehr, sehr unschön. Ne, ne, Anna kann die treffen. Jawohl. Runde ist vorbei. Und wir kriegen die Torpedos dafür noch. Nice. Ja, okay. Wir haben die 100k geknackt. Alles gut. Wir sprechen jetzt gleich eine Endauswertung nochmal drüber. Ja. Mit Sicherheit nicht das spannendste Replay, was den Schaden angeht. Also ihr könnt locker, also als guter GrandDD-Spieler könnt ihr locker mit der Gedankens 150 bis 200k machen. Ja, ich bin jetzt kein besonders guter Spieler. Aber es ist definitiv möglich. Also so 100k ist easy zu erreichen. Ich habe es jetzt erreicht, gerade am Ende der Runde. Aber das ist halt genau der Punkt. Es macht keinen Sinn, wenn ihr am Anfang, um das mal ganz übertrieben zu sagen, am Anfang der Runde 100k macht und geht dann raus und ihr verliert die Runde. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ihr am Anfang ein BB wascht. Dann kriegt ihr relativ viel Schaden am Anfang. Das ist halt nicht der Sinn von Zerstörern. Gerell auch schon hundertmal gesagt. Zerstörer werden wichtiger im Late Game. Euch gewinnt das Team, was am Ende noch Zerstörer hat. Oder das Team, was am Ende noch Zerstörer hat, die noch HP haben. Und wenn ihr halt merkt, dass ihr zu viel HP für einen Cap verliert, es macht keinen Sinn, euer Schiff wegzuschmeißen, um einen Cap zu bekommen. Das wäre halt worst case. Also worst case wäre, ihr bekommt das Cap nicht. Aber genauso schlimm ist es halt. Ihr bekommt das Cap, werdet rausgeschossen und der Gegner cappt es einfach zurück. Das macht keinen Sinn. Also die paar Cap Punkte, die ihr dadurch gewonnen habt, sind euer Schiff nicht wert. Deswegen gerade als Zerstörer, fangt an zu rotieren. Gerade wenn ihr merkt, dass der Doppelradar steht. Also Doppelradar wäre so eine Situation, wo ihr das Cap nicht bekommt. Keine Chance. Außer die Radarschiffe haben keine Ahnung. Wie die R-Taste funktioniert. Soll es auch geben. Es gibt tatsächlich Radarschiff-Spieler, die nicht einmal Radar in der Runde zünden. Aber damit könnt ihr halt nicht rechnen. Deswegen fangt an zu rotieren. Auch gerade CVs, wenn ihr Zerstörer habt, die keinen Nebel haben. Oder der Nebel auf Cooldown ist. Dann macht es auch wenig Sinn, auf dem Cap zu spielen. Auch wenn ihr merkt, dass der CV auf ein Cap sich fokussiert. Dann rotiert doch einfach. Dann gebt doch den Gegnern das Cap und nehmt dafür ein anderes Cap. Ist doch vollkommen okay. Ja, wir gehen noch mal kurz auf die Endauswertung an. So sieht das Scoreboard aus. Wir haben es hier auf Platz 1 geschafft. Aguirre hier auch mal eine Divi-Form mit oben dabei. Montana. Tatsächlich ist der so lange da überlebt hat. Keine Ahnung. War nicht besonders schlau von ihm, dass er da reversed ist und nos in stand. Aber er hat da anscheinend ordentlich Schaden nachgemacht. Und hat dafür gesorgt, dass die Golden Löw nicht einfach in die Mitte fahren konnte. Ja. Warum nicht? Aber auch hier Vermoer hat sehr gut gespielt. Und hier die Hayatte ist halt auf dem zweitletzten Platz, weil er da einfach sinnlos rausgegangen ist. Das sind halt... Also man muss das doch hinterfragen, ob man da was falsch gemacht hat oder ob das vielleicht... Ja. Nicht richtig, weil jetzt habe ich das doch gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr irgendwo rausgeht, vor allem wenn ihr irgendwo rausgeht, hinterfragt das doch einfach mal. Und schaut, was ihr hättet besser machen können. Und es geht auch gar nicht darum, dass ihr irgendwo ultrapassiv steht. Ich war ja auch nicht ultrapassiv, nur weil ich da weggefahren bin. Ich habe mich halt versucht, irgendwo anders wieder ins Spiel einzubringen. Das ist meiner Meinung nach wesentlich sinnvoller. Generell... Gegnerisch Halland, obwohl er jetzt hier nicht so viele Punkte bekommt. Ich finde, er hat sehr gut gespielt. Das hat er sehr... Also es hat mir sehr gefallen. Also es war sehr schwer, ihn da rauszubekommen. Er hat auch gemerkt, dass er da nicht in meinen Radar reinfahren darf. Hat er echt gut gemacht. Ja, im Detail... Ist nicht so wahnsinnig spannend. Wir haben halt... Ja... 1.000 Schaden aufs U-Boot für den Kill. Nice. Standardgrad haben wir ganz gut gefahren. War auch wichtig, denke ich. Halland hat 10.000 Schaden bekommen. Ist nicht so viel Wert dadurch, dass er halt wieder weg reparieren kann. Er hat so ein Flugzeug abgeschossen. Ja... Ihr seht, vom Schaden her nichts wirklich Wertiges dabei, bis auf die Steinegrad. Der war so der Haupt... Die Hauptschadensquelle. Insgesamt durch Brände haben wir gemacht 36.000 Schaden. Die Gedanke liegt sehr gut. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ja... Interessant ist das hier. Wir haben 1,9 Millionen Schaden getankt. Als Zerstörer. Wir haben 27.000 AP. Und wir haben halt einfach mal ein Vielfaches davon getankt. Wir haben auch 20.000 Schaden bekommen. Ne, 24.000 Schaden, sorry. Aber hier... Das ist halt auch einiges wert. Und sie haben mich halt nicht rausbekommen. Gut. Damit soll es aber gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Gefecht. Kapitän, blende ich euch jetzt am Ende ein. Und ja... Bis denn. Ciao.